guten morgen am montagmorgen las schrieb gerade schon also ich glaube ja die beiden reden schon seit zehn minuten waren extra früh dran aber haben die cam vergessen anzumachen ob das stimmt seht ihr jetzt das war dein ton exakt in diesem sinne ich hoffe ihr habt alles doppelt und dreifach gehört denn das hält besser in diesem sinne max moin moin du hast du bist im oranje fieber eigentlich nicht aber ich habe hier diese tasse heute morgen genommen aber weil die sedan tasse nicht mehr auffindbar war das ist völlig in ordnung ich dachte ja eigentlich du würdest mit der tasse ich möchte nicht über das vergangene wochenende reden hineinkommen denn das vorweg du warst im olympiastadion ja sicherlich ich ja was heißt ich will nicht drüber reden dann wäre ich jetzt ja falsch ich will schon drüber reden weil ich irgendwo auch ein ventil brauche ich hatte jetzt zwei tage zeit und ich meine wir wollen nicht nur über hertha sprechen die zweite liga gibt ja viel her ja wir wollen auch über die frauen wm die aktuell gerade nigeria england glaube ich ne ja achtelfinale läuft sprechen wir auch noch drüber aber wir kommen jetzt nicht drum rum mir steht es mir steht es bis hier oben ich es ist langsam bei mir wirklich eine grenze erreicht ich kann nicht mehr also es ist wirklich so wie so erwartbar ist irgendwie auch war dass der staat beschissen wird so übel ist es dann doch wenn du gegen wen wiesbaden in der 90 minuten mit doppel innenpfosten eine 0 1 frisst gegen eine mannschaft die die einzige ist in der ganzen zweiten liga die ich bisher gesehen habe die auf einem ähnlich schlechten niveau hertha war ansonsten alles was ich jetzt gesehen habe und ich habe dieses wochenende vor allem echt ganz gut hingeguckt ja ist eine andere liga wiederum als hertha also es echt erschütternd so ich meine ich war ich hoffe ich widerspreche mir jetzt nicht zu krass selber ich war nach dem spiel in düsseldorf war ich nicht so ernüchtert weil ich das gefühl hatte okay das war war in ordnung und das hat so ein bisschen vielleicht darüber hinweg getäuscht dass die probleme die sie jetzt gegen wen hatten ja eigentlich mit ansage waren nämlich genau das ding wenn du gegen eine mannschaft spielt die eigentlich komplett hinten drin steht und nicht viel will hat hertha halt null lösung und wenn du mit zwei gelernten innenverteidigern die bisher auch noch nicht nachgewiesen haben dass sie im profibereich und das ist ja gar nichts gegen die zwei martin vielleicht noch eher als jetzt clemens aber nicht so viele details aber die bisher jetzt zumindest jetzt im profibereich ja auch noch nicht wahnsinnig viel gerissen haben wenn die dann plötzlich die beiden sind die die gegen den tiefstehenden gegner mit ball irgendwas machen sollen und davor auf zehn marco richter ja eigentlich nicht viel macht außer dem ball zu verlieren und sich irgendwie in die falsche richtung aufzudrehen dann wird zeit schwierig und das war schwer mit anzusehen zwar sehr schwer mit anzusehen und es war krass diese ganzen die schwächen die ja ebenso offensichtlich eigentlich sind wenn man sich nur mal auf diesen flickenteppich von kader oder diesen flickenteppich von kader anguckt die wurden extrem schonungslos aufgedeckt es ist krass unser bester spieler ist tony leistner an dem punkt sind wir ja punkt ja punkt ja es war schlimm ist ich meine das ganze sponsoren ding da haben wir jetzt ja hier auch noch nicht drüber gesprochen ich weiß nicht genau ob am freitag darüber geredet wurde es kam glaube ich ein bisschen später die nachricht weiter rein muss mal dazu sagen vielleicht damit ich auch ein redeanteil beim hertha thema bekomme ich lebe mit einem hertha fan zusammen könnte man fast sagen wir verbringen wir verbringen stunden zusammen im büro und du hast es am freitag gesagt nachdem das mit dem sponsor kam es war so eine deiner ersten reaktion die fand ich sehr ehrlich als du meintest hertha nimmt einfach alles mit er nimmt einfach alles mit es gibt nicht das eine nicht nicht nur den schrulligen investor der planlos durch die gegend läuft nicht nur diese sponsoren geschichte nicht nur die x trainer entlassung und was man nicht alles bei hertha in den letzten jahren hatte so das kommt alles zusammen und da muss ich natürlich dann vor allem auch am freitag abend dran denken als ich dann gesehen habe 92 minute dieses gegentor jede andere mannschaft egal wie mies es läuft gegen wen wiesbaden bringt das spiel dann wie es dieses null null über die zeit womit niemandem geholfen wäre es wäre schon beschissen genug so ihr fangt euch dann auch noch mal das 1 0 damit es dann so wirklich auf die gesamte beschissenheit der dinge dann auch noch um einen drauf gibt das ding ist halt einfach egal um welche frage es jetzt geht hauptsponsor sportliche sachen investor von den optionen die auf dem tisch liegen ist die die härter dann wählt oder die härter bekommt ist halt immer die maximal bescheuertste schlechteste peinlichste egal kann man irgendwie jegliche negative wörter benutzen das ist immer so ich meine und bei dem investor bei dem bei dem sponsor jetzt das ist dann auch wieder du hast bei sponsoren du hast sponsoren die zahlen viel geld aber sind vielleicht irgendwie fischig du hast sponsoren die sind was die außenwahrnehmung angeht vielleicht ein bisschen besser aber zahlen halt nicht viel du hast sponsoren die sind okay sind aber hässlich vom logo her und egal auch da fischig weil moralisch einfach verwerflich das wettgeschäft ist dreckig wie wenig andere check zahlen dafür wahrscheinlich am meisten von allen die jetzt gerade auf dem tisch lagen aber zahlen natürlich jetzt auch nicht so dass sie den verein auf einmal sanieren check sieht absolut horror beschissen aus check dazu kommt ja dann noch die ebene das mit präsident kai bernstein genau vor dem jahr eine der maßgeblichen sachen die er sich so auf die fahne geschrieben hat warum er präsident werden wir und was er alles machen will ist nicht mehr die schmutzige wettkohle nehmen ja und wenn man sich dann so weit aus dem fenster lehnt und ich kann mir vorstellen der weiß ganz genau selber wie bitter diese pille ist und wie wie arg das jetzt an seinem ruf kratzt aber das macht es halt noch peinlicher du kannst ja es ist schon kacke genug einen sportwetten anbieter zu nehmen im jahr 2023 wo einfach völlig klar ist gibt wahrscheinlich das ist jetzt eine gefühlte wahrheit aber wenige bereiche bei denen das verhältnis zwischen leuten die das in ordnung nutzen und leute die deswegen abstürzen so schlecht ist das ist schon scheiße genug aber wenn du ein jahr vorher noch sagst boah das passt überhaupt nicht zu den werten vom verein und das ist und egal und einfach nur zu sagen wir brauchen die kohle dass das ist nicht ausreichend für uns und das dann zu machen so ja ja so viel dazu also wir haben ja kein neues trikot für maxinke langer die das ist auch ich fand es auch vorher schon hässlich deswegen hat mich jetzt das heimtrikot zumindest also bei mir das auswärts trikot kann man ja erzählen das auswärts trikot hatte ich durchaus finde ich in ordnung ja ja aber das problem ist also es war ja auch für vorher völlig völlig klar dass sie mit einem absolut hässlichen schrott investieren als sponsor um die herr gekommen haben ja die letzten jahre immer gemacht ja es gibt wenige wenige trikots von hertha ich kann mich eigentlich nicht erinnern das letzte mal dass es nicht verschandelt wurde war vielleicht bahn deutsche bahn kann sein louis also ich meine danach schon bett at home weil mit so einem komischen grün immer mit drin dann auto hero orange mit drin teddy ja also ich meine es ist fest wenn du so das ist krasses gruselkabinett ich stand am freitag ja ein bisschen vom stadion noch rum vor dem spiel und du guckst so auf die verschiedenen generationen von trikots und fest dir eigentlich jedes mal nur einen kopf weil du schon damals immer dachte schlimmer kann es nicht werden dann siehst du dieses hässliche auswärts trikot dieses so so hellblau knallig dunkel schwarze was so ein bisschen gestreift war mit so gelb und einem völlig anderen blauton teddy drauf und du denkst ja das war also da gibt es keine steigerung mehr und dann siehst du halt den crazy buzzer und dann auch noch der crazy buzzer weiß ein weißes b auf rotem hintergrund jetzt nicht ich weiß auch louis hinter der kamera hat keine lust auf diesen ganzen union quatsch und ich bin da ja auch nicht ich habe theoretisch nicht viel gegen union natürlich gehen die mir auch auf den piss in den letzten jahren aber dann jetzt auch noch jetzt ist der hauptsponsor ein weißes b auf rot also das schöne ist eigentlich gerade ich weiß auch viele in den kommentaren werden sich denken mensch jetzt fang doch endlich an über die spielvereinigung gräuter für zu sprechen jetzt fang doch endlich an darüber zu reden dass der erste fc magdeburg das derby das nachbarschaftsduell gewonnen hat gegen eintracht braunschweig kommen wir vielleicht auch gleich noch zu aber das schöne ist einfach dass man gerade gar nichts sagen muss und man guckt einfach maxin glacker beim denken zu und es kommen immer wieder bei ihm im gedächtnis werden gerade so so kleine schätze ausgebuddelt und dann regt er sich auf und immer merkt ja teddy gab es ja auch ja also es wird immer nur schwer und ich habe wirklich langsam eine grenze erreicht von dem was ich so bereit bin mitzutragen und ja komm max du hast gesagt die zweite liga du hast es relativ intensiv verfolgt ja 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 lass uns über andere sachen reden und unabhängig ein tipp noch an benny weber ja kauft doch einfach den lee von wehen das war du siehst den du sie ich kannte den vorher nicht und dann läuft da halt so ein kleiner wuseliger typ rum im mittelfeld und der du siehst bei der ersten ball berührung das was der kann kann keiner von den mittelfeldspielern die aktuell bei hertha im kader sind und sich im stande spielen fußball zu spielen der kann nämlich einen ball annehmen und nach vorne mitnehmen ja du weißt aber schon was wird bei hertha als nächstes passieren ja was weiß ich wen sie jetzt holen wahrscheinlich noch kevin prince bohateng hat noch mal platten hat egal okay nächstes thema zweite liga ja denn unabhängig davon dass du natürlich irgendwann denken denken musst wenn du diese spiele siehst dann gegen die spielen wir auch noch welche truppe hat dir an diesem wochenende wirklich wirklich gut gefallen wo hast du gedacht das ist ein kandidat weiß ich jetzt gar nicht aufstieg ich also ich bin der meinung auch wenn sie jetzt zwei punkte haben liegen lassen dass hamburg durch die saison fliegen wird weil die qualitativ dieses jahr so viel besser sind als alle anderen einfach von den einzelnen namen her du hast ist jetzt auch einfach schon klar wir treffen uns hier am dritten märz und wenn das jetzt schief gehen konnte ja aber also ich meine ich muss dazu sagen ich bin ja ein neuling und ich habe jetzt die letzten jahre mir ging es auch immer auf die nerven wenn bremer und schalker und hamburgers gesagt die zweite liga ist so geil blablabla aber macht jetzt gerade schon unabhängig von dem was hertha macht spaß und ich kann das ist jetzt wie gesagt ich bin neuling ich kann es nicht genau einschätzen wie viel besser oder schlechter die hsv-mannschaft eigentlich im vergleich zu den letzten jahren ist aber mein eindruck ist sie sind einfach von dem was rumläuft glatzel ist ein riesen riesen stürmer benes ist in guter form und dieser ferai ist ist halt auch super und da kommen wir sind ja nicht nur die drei und man will ja auch das gefühl die haben haben eine tiefe im kader für den zweitligisten also keine ahnung sie bringen dompi immer in den schlussminuten wird ja auch gerade nur eingewechselt genau also wo du auch weißt worüber man sonst häufig beim hsv gesprochen hat und dann hieß es wieder dann kamen viele verletzte im winter dazu oder wie auch immer auch solche sachen werden sie wahrscheinlich dieses jahr eher mal marginalisieren können ja also ich glaube der hsv wird sich dieses jahr durchsetzen ksc auch sehr sehr gut auch qualitativ einfach gut also gerade ich meine mit stindl mit vanicek mit nebel mit einem sehr alten aber erfahrenen gondorf haben sie einfach im mittelfeld zumindest in die richtung nach vorne saumäßig gute leute magdeburg fand ich jetzt sehr gut die ich meine aufstieg keine ahnung kann ich schwer einschätzen aber dieser artik ist halt ein geiler fußballer ist die vorlage zum zweiten tor glaube ich ist es den also relativ unerwartet dann durchsteckt in mit in so einer ein bisschen komischen schritt folge die glaube ich auch einfach nicht viele drauf haben geil also sehr sehr guter fußballer das macht spaß ja hannover ich meine über die aktion kann man auch noch kurz reden hast du den elfmeter gesehen nein also doch natürlich als der elfmeter für nürnberg für nürnberg also wie man das nachdem man extra rausgerufen wird weil der video assistant referee sagt guckst du mal lieber noch mal an mein freund ich will dir nicht ich will dir nicht auf die füße treten wie der nürnberger dem hannover spieler aber guckst du mal lieber noch mal anders ein lächerlicher elfmeter der ausfallschritt zwei meter neben seine neben neben die spur und kriegt dafür den elfmeter ich fasse mir an kopf also genau aber auch hannover hat von den leuten zumindest die da irgendwie rumlaufen eine ganz ordentliche truppe düsseldorf zwei seltene spiele jetzt einfach hannover erst gegen elversberg ganz früh zurückgelegen sind dann wieder zurückgekommen jetzt gegen nürnberg genau das gegenteil da weiß man nicht so ganz so auch bei hannover weiß ja auch potenziell eine mannschaft die dann auch obwohl sie vielleicht das potenzial hätten irgendwie in den negativlauf kommt fängt ja vielleicht schon an gerade aber düsseldorf st pauli also sind mal jetzt aus härter sicht schalke holt auch irgendwie punkte auch wenn sie bisher nicht unbedingt überzeugen aber es sind mal mindestens acht neun mannschaften dabei die mal völlig völlig ganz ganz klar einfach viel 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 besser sind so ja ja was soll ich dazu jetzt sagen vielleicht können mal kurz ein paar hannover fans falls sie zugucken ihre meinung zu dem elfmeter sagen ich habe mir schon also wenn ich so ein spiel nicht gewinne dann würde ich aus kotzen kriegen aber auf der anderen seite natürlich eine schicke geschichte der 17 jährige der nicht nur das 1 2 macht ich weiß nicht ob hast du das mitbekommen ich glaube er ist usun 17 jähriger stürmer nürnberg super talent macht beide tore ja ja genau genau aber genau genau aber anscheinend b-jugend torschützenkönig gewesen bundesliga a-jugend torschützenkönig gewesen was weiß ich kann den vorher nicht macht einen ordentlich oder schickes tor zum 1 zu 2 und schnappt sich dann halt ein 17 jähriger in der in der nachspielzeit den den elfmeter also das musste auch erst mal erst mal bringen aber hat das ding dann auch ziemlich ja mit mit überzeugung reingehauen so auf den kann man auch gespannt sein absolut ich gucke gerade gucke gerade kurz rein viele freuen sich scheinbar mit mir darüber dass du über hertha bsc sprichst und man muss dazu sagen ich habe auch echt wenig geschlafen heute es könnte sein dass ich das noch so übersprungsmäßig ab und zu mal noch ein paar andere ausraster jetzt kommen gut cgn schreibt hat eine ein tee für max die stimme hat wohl freitag arg gelitten ne 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 und ich habe ein frosch im hals und karl fragt bleibt max heute bitte bitte noch ein paar stunden online und regt sich über dinge auf ich könnte mir das ewig angucken vielleicht kommen wir gleich noch dazu vielleicht finden wir noch ein thema wo maxi darüber aufregen kann ganz kurz der blick runter nach australien denn dort wurde auch gespielt wird gerade gespielt ja ich aktualisiere hier mal kurz die seite england nigeria steht immer noch null zu null nigeria hatte jetzt gerade in den in den letzten minuten was ich noch gesehen hatte kam so ein bisschen besser ins spiel hat ein paar gute chancen england wurde ein elfmeter gegeben und wurde dann wieder zurückgenommen aus dem augenwinkel was ich so gesehen habe durchaus auch berechtigt dass er wieder zurückgenommen wurde war so ein zweikampf im 16er da muss man nicht faul pfeifen ja ansonsten das thema des wochenendes bei der frauen wm die usa ist draußen ja scheiterten immer wieder an der schwedischen keeperin ich habe es in der zusammenfassung nur gesehen aber zwei drei glanzparaden was ja vor dem hintergrund dass gerade auf die torhüterin immer gerne beim frauenfußball aufgehauen wird teilweise natürlich ist da halt auch qualitativ noch noch nachholbedarf aber das war eine sehr 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 gute leistung also teilweise eben wirklich sachen da rausgeholt sah einfach spektakulär aus und dann im elfmeterschießen rapino selber ich glaube wenn ich es jetzt richtig im kopf habe wenn sie getroffen hätte wären sie durch gewesen ich glaube sie hatte die chance gehabt und versimmelt ihn aber ordentlich das witzige ist die schwedische keeperin musste gar kein halten die amys haben dreimal verschossen zweimal rüber einmal Pfosten dann glaube ich ne ja ja also einmal so halb rüber also anscheinend hat sie sich so viel respekt verschafft in den 120 minuten davor dass die amys trotzdem oder oder quasi von ganz alleine wackelfüße hatten und ja einfach krass dass sie dass sie dieses spiel noch verloren haben weil sie im elfmeterschießen jetzt muss ich kurz überlegen ich glaube sie führten drei zu eins rapino hätte das vier zu eins gemacht ich glaube mit zwei waren sie nie vor aber sie hatten zweimal die chance mit einem treffer das spiel zu also das elfmeterschießen zu gewinnen genau und und scheitern halt eben doppelt dass man das dann noch verliert ist schon ist schon arg bitter in den usa wird ordentlich draufgehauen gerade so alles was ich gesehen habe ähm ja win or go home ne ja 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 und neue mit favoritinnen sind die spanierinnen die bereits am samstag sehr sehr deutlich ich glaube 5-1 5-1 gegen ähm die schweiz gewonnen haben ähm ja ja ich habe bei einem geschätzten kollegen ich glaube er heißt luis äh vor dem turnier ja gehört dass die spanierin analog zu den spaniern vor zu den spanischen männern vor so zwölf 13 14 15 jahren vom talent her äh ganz klar favoritinnen sein müssten aber es bisher nie geschafft haben bei so einem turnier dann auch mal das ganze in erfolg umzumünzen da sind sie jetzt offenbar auf einem ganz guten weg ja dann spielt heute mittag noch australien gegen dänemark und nach allem was wir vor allem von unserer korrespondentin greta hören ist jetzt in australien echt die wm stimmung angekommen also ähm wirklich so komplett gegenläufig gegenläufig zu dem was wie es hier jetzt sozusagen äh ausschaut ähm ist klar ähm greta hatte immer mal wieder auch in den texten zum teil ähm durchblicken lassen dass ja die stimmung einfach in australien selber vor allem auch in sydney nicht so gut ist das ist einfach nicht so viel auf der straße auffällt dass da gerade ähm ja eins der der größten sportturniere äh des jahres stattfindet ähm ich glaube in brisbane war es ein bisschen anders weil die stadt ein bisschen kleiner ist und jetzt sagt sie ist auch in sydney äh wirklich komplett wm stimmung es macht richtig spaß wahrscheinlich umso wichtiger dass die australische mannschaft dann heute mittag nochmal weiterkommt damit das ganze auch anhält jetzt gerade echt krasse stimmung ähm bei england bei england ja äh spielen in brisbane heute ähm das war war schon sehr ansehnlich ja und ich meine die mannschaft die ich seit tag eins auf dem zettel hab äh ist ja auch noch mit dabei den wir nicht vergessen japanerin norwegen ausgeschaltet ähm auch da also ich würde sagen von dem was ich bisher gesehen habe auch wenn es jetzt gegen norwegen glaube ich ein bisschen knapper war als das 3-1 am ende sich liest ähm japan habe ich nach wie vor ganz oben auf der liste dann schreibt rob chang rostock hat jetzt sechs punkte gegen elversberg und nürnberg geholt das ist jetzt noch nichts was uns alle von den stühlen holt die spielen alle knallhart um den abstieg ah ok es ging in den in den kommentaren darum dass hansa rostock gerade die tabelle anführt so ein bisschen die überraschungsmannschaft ja da muss man ja vielleicht kurz sagen kleiner rückgriff auf zweite liga wie rostock da jetzt äh gewonnen hat ist ja schon auch erstaunlich glaube es gab eigentlich angesagt waren irgendwie neun minuten nachspielzeit und der von stuttgart gekommen wie heißt er perea macht halt einfach 90 plus 10 und 90 plus 12 zwei hütten ähm na gut musst du auch erstmal machen ne once in a lifetime vor allen dingen vergibt ja elversberg glaube ich in der nachspielzeit noch den elfer aufs 2-0 ja sie vergeben den machen den nachschuss rein wird aber weggenommen weil der typ zu früh reingelaufen ist äh kam auch da kam viel zusammen oder sie sind gerade im prinzip hansa könnte man sagen auf der anderen auf der skala glück unglück genau äh entgegengesetzt zu härter also da lief mal alles rein was irgendwie reinlaufen kann gut wieder weg von der zweiten liga das war jetzt quasi nur der der kleine nachtrag ja ähm die wichtigste frage natürlich aktuell ähm wir wissen es alle du ähm du bist immer immer jemand der fabrizio romano so zehn zwölfmal die stunde tut er noch einen dadai bruder auf ja exakt der da nochmal reinschaut und guckt für mich die wichtigste frage gerade wer wechselt eher kolomuani oder harry kane boah hör mir auf mit den zwei also es nervt dich komplett auch ne ne bei kolomuani muss ich sagen ich würde ihn gerne noch weiter in der bundesliga sehen weil der jetzt in seinem ersten jahr ein spektakulärer spieler kane natürlich auch ein spektakulärer spieler aber da kommen wir natürlich an den punkt wenn der jetzt zu den bayern geht dann kann es kann man sich ja irgendwie ausmalen wie wie viel besser als als alle anderen teams die dann eigentlich sein müssten oder sein werden ähm aber der kane transfer nervt mich auf jeden fall ein bisschen doller also ich meine wir haben ja in meiner erinnerung gab es mal roll makai das war ein ähnlich ähnlich zähes ding also wo es monatelang in meiner erinnerung zumindest äh hin und her und jeden tag gab es irgendwie eine neue meldung und la coruña pokert und dann ist er noch mal ein bisschen teurer geworden ein bisschen war es bei javi martinez auch so meine ich das hat sich auch total gezogen aber auch schon lange klar die sind eigentlich einig damals vom namen her noch nicht war vom namen her genau weil es war so okay dieser eine dieser eine spanier der soll sehr sehr gut sein war so das war damals so ein bisschen der kenntnisstand auch gerade in den deutschen medien stimmt schon aber weil damals was die summe anging ich glaube man hat 40 millionen oder sowas gekostet aber das war jetzt vor zwölf jahren oder wann das war war rekordtransfer der bayern zu dem zeitpunkt genau also das war ja durchaus eine summe allein deswegen wurde da schon viel drüber gesprochen und da ging es eben ja darum wie frech bilbao damals glaube ich ist dass die da so den letzten cent raus rausquetschen aber auch das war so ein deal der in meiner erinnerung einfach sich über wochen zumindest zog obwohl allen eigentlich klar war am ende wird das passieren und bei kane geht es mir ein bisschen ähnlich ich würde meine hand dafür ins feuer legen dass er dass er wechselt ganz vielleicht dann meinetwegen erst nächstes jahr weil die bayern sagen okay 100 millionen für jemanden der noch ein jahr vertrag hat das ist uns zu irre ich glaube trotzdem oder ich würde 90 prozent sagen der wechselt diesen sommer weil es halt einfach ja es reicht halt wenn der spieler wenn der spieler sagt ich will und wenn der wenn der verein sagt ich will also bayern sagt ja kane sagt ja dann will ich mal sehen wie tottenham das bis zum ende durchzieht ja ja aber der transfer nervt mich auf jeden fall dollar weil die halt die ganze zeit diese wasserstandsmeldung führen ja für mich jetzt zu nichts ja das stimmt da hat man das gefühl bei kolomuani das ist alles ein bisschen entspannter ist so ein bisschen entspannter wobei es ja für frankfurt ist jetzt keine bold prediction aber schon einfach um sehr sehr viel geht also irgendwie habe ich auch ich war wirklich ein bisschen erschrocken als ich das gestern dann gelesen habe dass es eben ja zwischen den zeilen gibt es eine andere wasserstandsmeldung nämlich marcus kösche der bisher immer gesagt hat kolomuani der fühlt sich hier wohl und der will auf jeden fall hier bleiben hat glaube ich nie gesagt aber also nicht unbedingt weg so naja also paraphrasiert war schon immer so dieses also das ist eigentlich für uns kein thema dieser transfer gestern gab es dann sätze ja wo man einfach raus gehört hat das ganze wackelt so ein bisschen es ist es heißt psg und man sind sich sind sich einig und jetzt ist eben die frage will frankfurt ihn für diese oder jene summe auch dann wirklich verkaufen und finden sie natürlich auch das ist ja dann die zweite frage einen ersatz also für mich als hertha fan das ist ja völlig verblüffend wie kann denn ein sportdirektor sich hinstellen und sagen der wir müssen den nicht abgeben der von uns aus kann der bleiben hat es macht ja es macht ja nur sinn wenn sie für den richtig viel geld haben wollen statt ihn für 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 ich sag jetzt mal so für untermarkt eineinhalb millionen oder sowas noch mal abspielen wenn man auch irgendwie sagt wir wollen das wollen das gehalt von ihm einfach darf man das darf man so ein bisschen blöffen als sportdirektor ein bisschen blöffen okay naja ich also zum beispiel wird kolomuani wahrscheinlich auch nicht seinen vertrag auflösen und dann am tag danach beim fs auf frankfurt vorgestellt werden oder oder bei der u23 nicht nicht mitspielen können hat frankfurt überhaupt noch eine u23 ich glaube wieder wieder also ich glaube was bei dem transfer halt so ein bisschen dafür sorgt dass es mich nicht so sehr emotionalisiert ist weil auch da ist mir halt irgendwie klar frankfurt hat in den letzten jahren so gutes business gemacht dass ich mir relativ sicher bin dass die den bestmöglichen preis rausholen werden und psg da sitzt die kohle halt so irre locker die werden eh zahlen was sie wollen wenn sie wirklich sagen oder die werden zahlen was frankfurt fordert und wenn wenn da einigkeit zwischen ihm und psg besteht wird das ding halt auch über die bühne gehen und das einzige was jetzt warum das jetzt vielleicht noch nicht noch ein bisschen klarer und deutlicher von allen seiten kommuniziert wird ist dass frankfurt wahrscheinlich nicht den fehler macht den erst zu verkaufen und dann weiß jeder die haben hier gerade 100 millionen überwiesen bekommen sondern dass sie halt wahrscheinlich jetzt gerade am eintüten sind wenn sie da holen es geht ja um diesen wahi heißt ja glaube ich nächste supergranate aus frankreich und dass sie im idealfall wahrscheinlich da aushandeln dass sie jetzt eine zusage für den preis bekommen der nicht nicht noch mal 20 millionen mehr wird nur weil weil die sache dann auf der anderen seite fix ist so schätze ich so schätze ich krösche ein der mann weiß ja businessmäßig zumindest so ein bisschen was er tut wenn ich mir überlege dass sie eigentlich jetzt schon mit den verkäufen von so mit dem verkauf von dem keeper ja der wie viel hat er jetzt gekostet acht acht millionen zu ajax hatte zwei bundesliga spiele bisher gemacht der ist bestimmt gut aber acht für ja vor allem wenn man bedenkt dass ein lukas das haar für drei geht ist jetzt natürlich schwer zu vergleichen und der typ wird schon gut sein aber trotzdem wenn man wenn ich mir da rein ziehe dass frankfurt gerade eigentlich ausgaben einnahmen jetzt schon mehr oder weniger bei null ist ja und ich aber so das gefühl aber die haben doch voll viele voll gute leute geholt und ich meine allein skiri und egal aber aber da denke ich mir schon okay krass und wenn jetzt noch kolomoa nie verkaufen boah das ist das zweite mal wahrscheinlich dass man so das gefühl okay jetzt machen sie einen ganz entscheidenden schritt auch finanziell nach vorne das erste mal war irgendwie als die büffelherde gegangen ist ja und das hat und da war es bei der büffelherde war es ja tatsächlich noch so dass man sich ein bisschen sorgen gemacht hat und also im ersten moment und gedacht hat jetzt haben sie aber mal eben ihre komplette offensive achse verloren was holen sie denn jetzt also ich kann jetzt nicht behaupten dass ich mir da mal sorgen gemacht hätte so nicht aber aber trotzdem hatte man schon da das gefühl okay das ist so ein so ein einmaliger so eine einmalige chance finanziell plötzlich in eine völlig andere sphäre irgendwie vorzuregen und das hat ja funktioniert total aber es war halt nicht klar ob sie was sie mit dem geld daraus etwas machen werden das stimmt das stimmt aber ich sag mal jetzt 100 millionen für muany den man für wie viel geld geholt hat der war ablösefrei oder ich glaube schon ja ja das wäre auf jeden fall für frankfurt am ende wahrscheinlich mehr chance als risiko ich werde ich bringe noch kurz mit rein die kommentare von rob chang der der völlig richtig korrigiert dass sie noch nicht bei transferausgaben und einnahmen bei null sind sondern bore muss noch weg aber dann ist es das nur ja aber über wie viel reden wir da das sind dann vier fünf millionen und ich meine dann fallen wir einfach ein bisschen mehr könnte ich mir vorstellen der soll ja mehr einspielen ja klar der hat ja auch letzte saison ungefähr vier kurzeinsätze gehabt wenn man da jemanden hat der sein geschäft der seinen job versteht ich meine nur selbst wenn sieben oder acht millionen sind wäre das ja eigentlich eine summe wo man bei eintracht frankfurt auch sagen könnte das kann man auch mal einfach investieren absolut egal in den kommentaren wird viel über allemann ja achen geschrieben wird viel über den wuppertaler sv gesprochen da bin ich blank da bist du blank ja ich kann jetzt über wuppertal nicht viel sagen außer dass mein opa aus der stadt kam und immer meinte in barmen wohnen die arm das ist das ist richtig es geht vor allem darum dass der wuppertaler sv gegen allemann ja achen am ersten spieltag in der nachspielzeit das spiel gedreht hatte durch einen mehr als fragwürdigen elfmeter das kann man das mehr als fragwürdigen elfmeter das kann man dadurch aus zwei wochen in folge das gemacht und jetzt haben sie gegen gladbach zwei drei zu zwei gewonnen auch mit toren in der 95 und 96 minute ja jetzt vermutlich tabellenführer ich gucke noch mal ganz kurz hier rein sind auf jeden fall oben mit dabei sind vierter aber gut punkt gleich mit dem tabellenführer ja während allemann ja achen unten herum krebst ich finde sie nicht mal tabellenneunter immerhin also ich ich konkurriere nicht mit leuten darum bei wem es mieser läuft wenn wir hier über tabellenplatz 9 sprechen tabellenplatz 9 des paradies soviel dazu ich würde sagen max wir sehen uns die tage wieder glaube ich ahnig ja ansonsten tun wir das hier also wäre schade wenn nicht so ist noch ein call to action das ist ein daumen da ich habe heute sehr viele anglizismen benutzt ach teddy ist für mich kein anglizismus das stimmt in diesem sinne bis morgen bye bye